Das ist Goran Duric. Wir klagen ihn wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verletzung des Kriegsrechts an. Alle Zeugen wurden vernaumt. Eigentlich ein Kinderspiel. Der Zeuge identifiziert zweifelsfrei den Angeklagten, General Goran Duric, als den befehlshabenden Offizier der Deportationen in Kasmai. Wenn Sie ihn weiter mit Schmutz bewerfen, wird uns das die nächste Wahl kosten. Ich interessiere mich nicht für Politik. Ich bin hier für die Anwendung des geltenden Rechts verantwortlich. Wir wollen wissen, was hier passiert ist während des Krieges. Sie können uns helfen, den Fall zu gewinnen mit Beweisen, die seine Schuld zweifelsfrei belegen. Weißt du jemanden, die nennt? Blutsauger und Kriegsgewinnler? Die Unberührbaren. Fragen Sie aus. Ich brauche Sie. Vor Gericht in Den Haag. Bitte. Ich kann das nicht. Mira. Es sieht wirklich nicht danach aus, als ob Richter anders und die Zeugin akzeptieren wird. Sie müssen sich was anderes einfallen lassen. Ich habe alles riskiert. Was ist das für ein Gericht? Wofür ist es eigentlich da? Lassen Sie ihn los! Lassen Sie ihn los! Soll ich morgen die Sache übernehmen? Ich kann die Zeugin zu Kasma befragen. Und bevor sie merkt, was überhaupt los ist, ist die Frau schon wieder raus. Das ist keine große Sache, Hannah. Es ist ungerecht! Wir haben eine Frau, die hier gehört werden sollte. Sie muss ihre Geschichte erzählen. Ich geh schon mal. Ich bin jetzt blockiert. Ich bin jetzt bereit. Also ich werde nicht aus非常的